Yo Leute, hab ich dir die Gamer-Engineers. Und ein freundliches Grüß Gott meinerseits. Ja, ihr werdet euch vielleicht denken, ja der verarscht uns jetzt aber. Nö, tut er nicht. Ich spiel tatsächlich mit meinem guten Freund Marc. Ein sehr sehr dummes Spiel. Aber ein amüsantes. Ja, also wir haben es bereits. Wir spielen nur die besten, also wir spielen mal die besten durch. Ja, das bekannteste machen wir mal. Wir haben schon alles freigespielt. Safe knacken ist das schwierigste. Wettenmelden müssen wir unbedingt auch noch machen. Wir haben schon einige kurz angespielt, privat, ohne Aufnahme. Das Gorilla ist das schwierigste. Womit fangen wir denn an? Mit dem Magier, oder? Ja, die Magier sind gut. Ok Leute, es geht um folgendes. Die Magischen Welt von Hawke-Horz. Falscher Film. Wir gehen ein bisschen weiter zurück. Ja, also man muss... Ich meine, ihr hört es zumindest mir nicht. Richtet den Zauberstab auf euren Rivalen, sobald ich euch das zeigen gebe. Er ist da ziemlich gut in dem Spiel. Magie. Richtet euren Zauberstab auf euren Rivalen und stoßt vorwärts. Schwer nicht auf den Stoß euren Rivalen und setzt zum Gegenandrass an. Voller Gegenandrass. Ja, das hat er mich übertrungen. Ja, also ich habe vorher zweimal gegen ihn verloren. Ich spiele im Übrigen immer die blaue Einheit. Er hat immer die rote. Deswegen haben wir auch die Joy-Cons in den Farben. Also hier sieht man nochmal schnell die Wiederholung. Ich habe gemerkt, mit Angriff geht es nicht. Deswegen muss ich immer mit Gegenangriff machen. Der ist stärker. Ich habe mir auch gedacht und dann bin ich irgendwann in Hektik geraten. Ja, das Wettfressen hat vorher witzigerweise seine Mutter gewonnen. Das war besonders bitter. Und das obwohl sie eigentlich gesagt hat, sie wollte es gar nicht. Ja. Das stimmt. Jetzt brauchen wir nur den einen Joy-Con, den Rechner. Und zwar es hilft, wenn man folgendes Geräusch dabei macht. Halte die Infra-Boot-Bewegungskamera des Rechner-Joy-Con nah an deinem Mund. Bleib in dieser Position. Drei, zwei, eins, los. Ja, es geht relativ gut. Keine Sorge, bei dieser Aufnahme wurden keine Tiere verletzt. Das hat sich nur so angehört. Zehn! Er hat seinen eigenen Rekord gebrochen. Ja, ich hatte vorher nur eineinhalb. Seine Mutter hatte zehn. Das heißt, ich bin auf dem gleichen Festniveau. Boah! Das muss ich erstmal schaffen. Ich war nicht mehr Ansatzweise. Ja, du bist so eine Salzstange. Ja, Salzstange. Ich sollte vielleicht das Mikro auf 1,80 Meter erhöhen. Das ist eine gute Idee. Aber dein Mampf hat mir vorher nie gehört. Vor allem, ich halte meinen Joy-Con auch noch genüsslich. So richtig so... Ladung! Halte die Infrarot Bewegungskamera des Rekord-Gilkons nah an deinem Mund. Okay, das ist jetzt mal. Bleib in dieser Position. Drei, zwei, eins, los. Litt! W BARN WHAH?! Alter, die Alviosspur gesehen! Wieviel hast du? Ich weiß es nicht! 100ys Viertel 100ys Viertel Du zerfst mich einer Hahahaha Letztem Anfang! Also dann bin ich größer wie du. Ich weiß nicht, bist du einfach. Also ich frage mich gerade, dass ich jetzt nicht größer als Marc bin, aber ja. Der alte Fressag nimmt noch zu. Der Rekord vor allem, er bricht doch nicht. Okay, mal schauen wir uns noch. Das wird das schlechteste MAMF-Ausgabe an Ton, die ich hätte auch bringen. Ja, also gewisse Spiele, zum Beispiel wie das Baseball, haben wir noch nicht gespielt. Aha, okay, nehmen Sie mal. Je nachdem. Je nachdem, was man drückt. Je nachdem, also was man als Werfer drückt, umso einfacher ist es dann. Ich muss nur das Mikro anders einstellen. Weil für jeden Sportart braucht man natürlich unterschiedlich das Mikro. Es ist diese Klemme extrem hart, weil ich will nicht, dass sich das unterdessen verschiebt. Ich werde mal, also wir tauschen dieses Mal die Positionen, weil da gibt es ja zwei unterschiedliche Emotien. Ich werde ver... Also er sieht nicht hin. Okay. Achso. Pitcher, Better. Wir müssen halt extrem laut reden, das ist das Problem. Also ich werde vor ihm verbergen, was ich drücke. Okay. So gar nicht. Ich glaube, das ist nicht immer die Erklärung. Keine Ahnung. Bist du der Pitcher, halte L oder ZL gedrückt und schwing deinen Arm um den Ball zu werfen. Achso, ich muss gedrückt halten. Also ich zeige ihm jetzt nicht, was ich gedrückt habe. Ja, also ich habe einen langsamen gewählt. Ja, sollte so ziemlich gut sein. Bist du der Pitcher oder ZL gedrückt und schwing deinen Arm um den Ball zu werfen. Achso, es geht weiter. Okay. Weil du musst alle aus erreichen. Achso, ich habe nicht gehört. Ich verwirre ihn jetzt, weil ich drücke nämlich die ganze Zeit auf beide Tasten. Ja, ich mache ihn fertig. Rieb nicht. Okay, gut, das sollte man vielleicht auch hören. Ja, ich kann mich zu hören. Du achst, dass du ein Stück weiter zurückgehend hast, dann hast du mehr Flupper. Ja, also ihn hört man jetzt mitunter gar nicht. Das ist gar nicht so einfach, sehe ich gerade. Ah, du hast den Out befördert. Okay. Du hast noch einen Out. Das geht auch? Du hast noch einen Out. Okay. Das müssen nicht mehr drei Out sein. Direkt auf den Fäder. Oha. Das geht auch besser. Error. Ne? Du hast es sogar geschafft. Bist du der Pitcher? Halte L und der ZL gedrückt. Ich habe nicht gescheit gemacht. Ich ziehe ihn gerade voll ab. Komm schon. Einmal noch. Einmal noch. Aber ich muss dann selber nachher. Also ich würde mich ja nicht selber nachher abziehen. Bist du der Pitcher? Halte L oder ZL gedrückt. Und schwinge deinen Arm um den Ball zu werfen. Ich kann es nicht. Bist du der Pitcher? Halte L. Was soll ich jetzt sagen? Und schwinge deinen Arm um den Ball zu werfen. Bist du der Pitcher? Halte L oder ZL gedrückt. Und schwinge deinen Arm um den Ball zu werfen. Oha. Er hat es sogar einmal geschafft. Den zu anfingen. Bist du der Pitcher? Halte L oder ZL gedrückt. Was für ein Schlaf. Double. Die Großvater. Und schwinge deinen Arm um den Ball zu werfen. Du bist jetzt Pitcher und nicht schwingend. Musst du irgendwas drücken? Nein, nein. Nein, nein. Das hat sowieso geländet. Das ist sowieso geländet. Achso. Okay, Leute. Ich bin dran. Musst du irgendwas drücken? Nein. Das ist gar nicht so einfach, hast du recht? Ah, das ist eine Lüge, nicht einfach! Konzentration! Ok, der kommt erst! Freiball! Foulball! Was? Foulball! Du hast wahrscheinlich daneben geschossen! Das habe ich auch noch nicht geschafft! Ok, das ist schwierig ohne Anzeige! Foulball! Hast du es langsam gemacht? Ja! Achso, deswegen! Verdammt! Ich glaube, ich kriege es nicht hin! Ich habe es befürchtet! Ja! Er verwendet wahrscheinlich immer langsam! Nein, nicht immer! Ok! Jetzt aber! Jetzt aber! Was soll ich schnell? Zum Beispiel! Ich bin für alles zu schnell! Ich habe in meinem einen Punkt gewonnen! Also, das müsste normalerweise besser gehen! Nein, egal! Ist ja jetzt nicht der beste Spiel dürfte! Darin war ich ab und an ganz gut! Aber... Ja, äh... Plus! Also, äh... Quatsch! Plus! Ja! Nein! Da gab es doch... Da können sie auch passieren! Da gibt es ja auch Helden! Und es gibt ja auch Helden! Fragezeichen! Helden? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Das habe ich auch nicht so richtig gewusst! Schauen wir uns mal an! Höchst interessant eigentlich! Fertig! Flieger! Frühstück! Fußball! Feuer! Ah! Ah! Das einen verarscht! Na, probieren wir's! Was, wenn Feuer kommt mit so einem Schießen? Das kenn ich! Also, sowas eben hier ist nicht vom Anzeigen, aber vom Seen her. Weil, krieg ich im Spiel Dschungelparty für die PS2! Ich habe nochmal die Wester aus ziemlich heiß! Dass die nicht heiß ist! Richtet die Revolver auf den Boden! Es geht! Steht euch gegenüber! Achtung! Fertig! Farm! Fest! Flauschig! Feuer! Und? Ich bin dann nochmal abgerutscht, aber... Zipfe! Ich bin sogar noch abgerutscht beim Drücken, aber... Ja, es ist furcht, wenn du das einmal rein kommst, dann... Ja! Oh! Er war um 15 Millisekunden schneller! Okay, gut, da haben wir Zeit, das können wir nochmal machen! Ja! Aber das ist geil mit dem Zusatz! Und... Fängt doch! Wir wollen... Battleground! Fest! Flauschig! Furz! Flauschig! Richtet die Revolver auf den Boden! Steht euch gegenüber! Achtung! Fertig! Fontaine! Früchte! Fuchs! Fuchs! Fliegen! Furios! Feuer! Ja, aber wieder schneller wahrscheinlich! Oh! Wir haben uns nicht entscheidig umgemacht! Shutdown! Ist dein Ernst jetzt? Shutdown! Wie... Wie nah müssen wir da aneinander gewesen? Ah! Ah! Das ist nicht gleich! Das ist nicht mehr! Das ist nicht mehr! Das ist nicht mehr! Vor allem, wir haben es aufbaut, dass wir genau gleich schnell sind! Und ich schütze mich wieder vor oben in der... Alter! Komm, einfach jetzt noch... Das geht doch nicht, oder? Natürlich geht das! Nein, einen von einer Million versuchen vielleicht! Das ist nicht mehr! Steht euch gegenüber! Achtung! Achtung! Fertig! Fuchs! Fell! Feuer! Jetzt warst du, glaube ich, schneller! Keine Ahnung, wie er schneller war! Oh! Schon wieder, ja? Feines Ölchen! Okay, wie viel? Ich habe früher abgedrückt! Das war die Sache! Ja, du drückst nämlich schon so weit unten ab! Na gut, vor allem habe ich da abgedrückt! Ja! Das habe ich gelernt! Egal! Baseball haben wir, das Wettfressen haben wir! Farnschule habe ich... Ja, das mit Schwertkampf werden wir noch zeigen! Ja! Das ist besonders schwierig! Haltet Abstand, um Platz zum Schwingen der Schwerter zu halten! Haltet das Schwerter zu halten! Haltet das Schwerter zu halten! Machen wir es mal nach Taktik, damit sie die Spieler sehen! Also immer EINER EINER! Machen wir es so! Immer einer Reaktion! Das heißt, du bist dann danach ein Wicheinschlag! Okay! Ja! 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 Fack! 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 Jawohl! Boah, ist das schwierig, Leute. Ich bin total angespannt. Du hast mich jetzt gestorben. Ja, das müsste normalerweise gehen. Das ist übernötig sein Angriff. Was war das? Ich glaube, ich bin auch drauf. Egal. Guck mal nochmal. Hä? Ja! Jawohl! Und weiter aus. Boah, jetzt hat er mir auch ein Leben weggeheizt. Puh. Ei, ei, ei. Keuch, hier ist mir jetzt ein Loch. Hm? Ach so, das ist so. Letztes. Shutdown. Er hat gewonnen. Das war gut. Also, er ist wirklich gut in dem Spiel. Nur mir fehlt er, dass ich zustechen kann. Mein Lieblingsangriff in jedem Spiel. Alter, seht ihr die Wiederholung an? Wir haben lange durchgehalten. Ja, ja. So. Jetzt kann man noch was anderes. Boxen. Ein Spiel geht sich noch raus. Wir müssen uns sowieso in zwei Parts splitten. Dabei brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Ungefähr so. Damit ihr euch nicht wirklich gegenseitig schlagt. Zeigt als erstes wie eure Gerade aussieht. Los du. Steht euch gegenüber und versucht schneller als euer Gegner zu schlagen. Los. Hapacat. Gerade. Haken. Haken. Hapacat. 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 Das ist schlecht! Hey, ihr Ball! Pffa! Neee! Das geht's doch nicht! Neee! Wieder ein Freund, du Hörde! Neee! Ach so! Erst anschlagen, wenn er das ansagt! Warte, kurz mal André mal laufen! Haltet genügend Abstand, damit ihr euch nicht wirklich gegenseitig schlagt! Neee! Mein Herz zertoppelt, aber... Los geht's! Steht euch gegenüber und versucht schneller als euer Gegner zu schlagen! Los! Uppercut! Uppercut! Gerade! Haken! Gerade! Gerade! Uppercut! Gerade! Uppercut! Gerade! Uppercut! Gerade! Haken! Gerade! Haken! Gerade! Haken! Schnelle Schlägen! Ich hoffe! Ha! Ha! Haken! Ja! Haken! 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 Scherriner! Ha! Aber wir hören aber nicht, ist schon egal! Okay, gut, wir haben keine Zeit mehr, wir sind aus dem Zeitpunkt, im nächsten Pub geht es weiter, Markus ist auch schon sicherlich aus der Puste, na dann Leute, ich habe es gerne.